hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel war and peace ich werde erst mal starten ich habe das schon mal gestern gespielt also noch nicht über noch nicht für youtube aber das ist auch wieder so ein spiel was sie nicht so gerne mag so wo man hier den staat sieht und dann die ganzen leute ich bin hier umgeben von amerikanern naja dann gehe ich mal rein und wir machen folgendes wir verbessern deine kaserne auf stufe 2 machen wir jetzt mal hallo jetzt verbessere deine telegraph auf stufe 2 für mich dahin telegraph upgraden upgraden gratis super jetzt verbessere dein wahrenhaus auf stufe 2 wahrenhaus upgraden fertig jetzt verbessere deine hochschule auf stufe 2 erforsche aufklärung werden wir machen ist das linken präsident lincoln könnte sein oder ich kann mich nicht so nicht ganz so gut mit den amerikanischen präsidenten aus mit den amerikanischen präsidenten aus so gut dann müssen wir jetzt 15 minuten warten einsam das ist doch schön haben wir hier 20 missionen noch 15 missionen noch 15 missionen noch 15 missionen wo sind die musste da nicht so ein häkchen sein ich bin nur ein ganz normaler spieler die missionen die missionen da kann ich nichts machen dann gehen wir jetzt zum items nachrichten haben wir 9 bin ich in einer allianz drin anscheinend warum bin ich eingetreten das war die porte erster kill ich habe einen angegriffen wüsste ich auch nicht vielleicht später ok danke helfen ach mit video kann ich die bauzeit verkürzen kürzen allen schreiben los und die 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 Hm. Läuft nur noch 10 Minuten. Hm. Jawoll. Läuft nur 5 Minuten, 5 Minuten. Ich hab jetzt gar nicht nachgeschaut, wie lange wir schon spielen. Aber, was soll ich denn jetzt noch machen? Hm. Für 15 Euro kann ich das freischalten. Ist das nicht schön? Für Geld kann man Events freischalten. Ach ja. So lange ich da... So lange ich da jetzt erstmal die Dingens mache, kann ich ja hier upgraden. Natürlich alles, was sofort geschehen kann. Kaserne Upgrade. Aha, geht auch. Schön. Ach, hier ist so ne Fliege, die nervt mich. Ach, hier ist so ne Fliege, die nervt mich. Da, Telegraph ist noch grün. Oh, hier. Fünfzehn Minuten. Neun Minuten. Neun Minuten. Und... Zehn Minuten. Die Farm. Oh, die geht noch. Ja, jetzt haben wir erstmal alles abgegradet. Ein paar Items haben wir bekommen. Schön. Oh, hier sind Missionen fertig. Schön. Noch mal paar Items. Schön. 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 Noch mal paar Items. Schön. Schön. immer noch fünf minuten da gibt es keine fünf minuten gratis geschwindigkeit für werbung geht das gratis für zehn gold geht das auch gratis eine minute drei minuten eine minute die 30 sekunden warten wir jetzt wir wollen So, Erfolge, Mission und Ressourcen sammeln. Na, jetzt muss ich warte, ne? So ein Mist aber auch. Dann können wir mal die Wirtschaft ankurbeln. Ich denke mal, Wirtschaft ist immer wichtig. Zwei Stunden und 54 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Halter, verfallter. Und das schon alleine im ersten Level. Ist das abartig. Ja, ich kann schon wieder nichts machen hier. Ressourcen muss ich warten. Ich besiege ein Tech-Monster. Muss man wahrscheinlich dann hier aufsuchen, oder? Da, Tech-Monster. Level 1? Level 1 ist besser. Was hier? Kinder-Spiel. Ach, das ist gut. Machen wir alles. Jetzt schauen wir mal, wie so ein Kampf aussieht. Aber ich denke, das ist wie bei den anderen Spielen. Man rennt hin, macht's Bäm, Bäm, Bäm. Und dann drehen so um. Und dann steht er, gewonnen oder nicht. Die scheinen hier ein bisschen größer zu sein. Level 11. Wow. Da ist Level 2. Alter Schwede. Ein Engländer auch hier. Ein Franzose. Aber überwiegend Amerikaner. Schwede. Finne. Ich kann dann überlegen. Weiß-Blau. Österreich. So. So. Los. Ich möchte sehen, wie ihr kämpft. Ich bin da übrigens Südstaaten. Genau neben mir ist einer mit Nordstaaten. So eine Schweinerei. Das kann doch nicht sein. Südstaaten. Sieg. Blade Warch. Das Faules. Jupp. Ich siege fünftig Monster. Standard. Items. Ich finde solche Spiele langweilig und scheiße. Naja langweilig direkt. Es geht eigentlich. Ich mag immer das Aufbauen. Ich mag so Aufbauspiele. Kampfspiele mag ich auch. Strategische Kampffspiele. Bei denen ist ja später so. Du hast so und so viele Sachen und dann greifst du die anderen an. Die Kleinen. Du zerstörst die Kleinen. Ich denke mal die ganz Kleinen kann man nicht angreifen. Da ist bestimmt wieder so eine Sperre drinne. Von wegen. Dass Kleidere Einheiten nicht angegriffen werden können. Ach das ist das Sammeln. Mensch. Boah. Das ist ja richtig weit weg. Warte mal da steht es in Kilometerzahlen. Oh Südkorea. 70 Kilometer für Nahrung. Garweiz. 70 Kilometer. Boah. Na gut. 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 Ich würde mal sagen das war's für heute. Spricht der eigentlich schon zehn Minuten? Ich habe noch keine Nachricht. Ich schaue mal. Ja. Gut. Dann schließen wir das Programm. Zack. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf von der Reihe seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.